jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wie angekündigt mache ich das 300 abonnenten giveaway und ja war ich halt auch noch eine zeit lang am überlegen was ich jetzt für giveaway und bin dann zum entschluss gekommen drauf geschissen ich mache die abp qualität hier zwar diese asimo 4 sie ist viel testet und hat aber einen richtig schönen flow also die sieht richtig nice aus ja also ich habe gesagt dass das video zwar erst am wochende schon ankommt aber es ging nicht früher und dachte ich mir ja gut klatsche ich jetzt mit instag aus und gut also wie ihr teilnehmen könnt ist ja auch dasselbe wie immer es ist wieder über die webseite habe ich hier schön für euch hergerichtet ja wieder halt selber auch abonnieren dann ein paar videos die ihr euch ansehen könnt wo halt wieder die daily entries sind wo jetzt dann zum beispiel die letzten matchmaking highlights sind was jetzt vor kurzem raus gekommen sind dann halt jetzt wieder auf twitter instagram steam und facebook halt also mittlerweile müsstet ihr euch ja jetzt auch schon auskennen ist ja schon mein drittes giveaway ist auch das teuerste also was ich noch sagen wollte das giveaway läuft jetzt länger als der anderen der anderen waren immer so glaube ich ein zwei wochen das sind jetzt drei wochen weil dachte das passt halt gut zusammen es sind es dieser 300 youtube giveaway ist ein subscriber giveaway sie sind 30 euro skin mir sogar 35 glaube ich sogar und ja dachte mir als für so einen hohen skin kann man ruhig mal drei wochen machen oder und ja ich hoffe ihr werdet brav teilnehmen anfangs war ich ja noch am überlegen ob ich jetzt wirklich die ab macht oder nicht eine xyrix weil da habe ich ja eh so viele davon aber ja weiß nicht habe mich halt dann doch für die ab entschieden keine ahnung warum aber könnt ihr es ja mal in die kommentare schreiben ob euch der preis also die awp jetzt gefällt oder ob ihr für einen anderen skin gehypt wird würde ich vielleicht noch ein giveaway nach dem giveaway machen irgendwann dann ja dem euren wunsch also jetzt nicht die haul oder so das ist schon klar also wenn das versteht sich dass das nicht für giveaway wird aber ja gut dann über den daumen nach oben würde ich mich freuen und sonst tschau und bis zum nächsten mal euer alex abonni